Was, was, was? Was, was, was? So. Weißt du was? Ich bring längeres Screentime, wenn du die Bananenhülle endlich vermachst. Warum soll ich die machen? Wenn du sie heraufbeschworen hast. Aha, weißt du, grad hat mir der Pizza geholfen und jetzt weißt du, weißt du? So. Öh! Fortsplitz! Raus da! Ganz schön knapp. Nein, Ding! So. Freude pur hier. Diese ranzigen Gegner müssen auch mal ne Abreibung kriegen. Voll das asoziale Unwetter, ey. Boah! Applet, ich hab mein Stilett gesehen, hast du das gesehen? Oh shit, lass mich da. Raus da! Lass mich hoch da! Du Boje, raus da! Weißt du? Ich bin ja, nur Fettkiddy bald nicht. Das war voll rutschig. Jetzt haben wir aber gesehen, dass er keine dicken Knochen hat. Jetzt geh endlich ins... Ups! Rapplet, wir sind jetzt hier mitten im Level, ja? Da mach ich jetzt keine Bananen-Vögel-Action. Oh, hä? Ohhhh! Dann kein Buck mehr. Ne, der A-Knopf ist eskaliert. Komm, Rapplet. Jetzt mach doch auch mal... Ja, weiße. Das war voll Pech, Alter. Jetzt kannst du ins Bananen-Level gehen. Das machen wir, wenn wir das Level geschafft haben. Das machst du? Dann muss ich das machen. Nein, sonst hast du voll akribisch geplant. Nein. Voller Lump, ey. Voller Lump. Putz! Oh, ja. Putz-Biii! So. Auch elegant honartisch. Elegant. Ah! Boah, ja! Und jetzt kommt der Blitz! Nein! Aua, Rapplet! Fiel der Blitz, Bebe! Aua! Nein! Wo bleibt der Blitz? Ich hab Angst. Warte doch noch auf den, weißt du? Ich komm da grad nicht hoch. Das ist voll unfair! Er hat mir voll den Weg versperrt. Ja, so ein riesiger Käfer. Kack-Mutter-Natura! Was? Kack-Mutter-Natura! Ist das denn wahr? Voll unsozial. Ja, ich find's auch nicht... Ich hätt das fast eigentlich behalten können. Theoretisch. Zieh mir so'n Lauf... Ja, boah. Baaam! Jetzt aber schnell! Das muss eingesammelt werden. Da kommt Blitz! Achtung! Und Grill, Grill, Grill! Ich wollt's ausspringen! Ja, ich hab nicht da gedacht, Rapplet! Ich bin so schlecht! Lass mich da hoch! Oh nein! Jetzt duck ich mich mal! Ach, Rapplet, weißt du... Das Level ist schwul! Bitte? Das Level ist schwul! Ist nichts Schlimmes! Ich wollt's nur gesagt haben. Hohoho! Gab ist er! Wenigstens... Wurde mit dir nur eine Biene zersp... Oh! Er hat's meistens überhaupt keine Zeit hier... ...zu reagieren, ey! Besonders ich nicht! Wo ist das? Da! Da kommt ja jetzt schon der Nächste... Ja, so schnell, ey! Was bin ich hier? Boah! Schnell wie der... Blitz! Bleib diese Pissenecke! Weißt du... Voll die Hektik hier in dem Level! Voll dramatisch! Und dann so ne Musik... Was passiert jetzt eigentlich nochmal? Achso, das. Jetzt musst du da erstmal hoch. Jetzt kannst du keinen Scheiß machen, Rapid. Ach, komm. Erstens, erstens, wieso tötet der mich auch? Zweitens, warum hat der Resettet? Der war ja schon im Bild. 12 Leben, ey, jetzt will ich... Ach, kacke, warum schmeißt du das denn weg? Achso, ich will den wieder haben. Den Lappen. Der ihr selbe Level carried. Ja. Ich gehe ja immer in diesem Becken hier kaputt. Ja, warum machst du das auch? Und zack. Nein! Wieso hat der denn jetzt gerade zwei kleine gemacht? Da dachte ich, ja... Ich meine, kleine. Alter, kleine Blitz. Rollen. Oh, Rapid. Jetzt mach keinen Shit. Jetzt dauert das so lange. Ja, ich sag ja... Der Blitz rastet aus. Das ist voll der Cheat da. Ja, jetzt cheat dich mal da durch. Du kannst das auch so gut. Rufpasse. Nein, Rapid, nein. Ich war schon am Springen. Halt dich nach. Springe ich mal ins Kühle, das. Ich war schon. Das tut mir Schutz und Zuflucht. Ich war schon in der Luft, ey. Ja, ja, das sag ich... Ach, kacke. Sag ich auch mal. Könntest du ja mal weiterkommen. Aber nein. Ja, ich weiß das gerade. Ja, der See ist aber auch teufelisch. Deswegen sollst du ja auch ein Fass mitholen und da reinstellen. Nein, das war ein Scherz. Das bringt nichts. Ach, hoch da, du blöde Plunzer. Oh, ich hab doch meinen Schweif geschoben. Den Schwengel, schweifigen Schwengel. Egal, ich hab's drüber geschafft. Das ist wahr. Das muss ich dir lassen. Du blöde, schwule Blitzkange. Leider keine Cheefwind dafür bekommen. Ja, der rastet voll aus. Ja, ohne Sch... Ich glaub, wir sind kurz vorm Ziel. Komm, Rapid. Rapid. Ja, fuck, mach nicht. Jetzt mit Blitz. Ey, wir da Blitze einschlagen, ne? Das ist nicht cool. Das gefällt. Das ist nicht cool. Das gefällt mir. Das macht mir Spaß. Grill den Rapid. Grill den Rapid. Das finde ich total unsozial. Ach, komm, du bist ja hier, Sander. So. Ja, rechts. Wo ist er, wo ist er, Ader? Wer ist denn da so ein Bild geglitscht? Rapid! 40, guck mal. Wie viele waren es insgesamt? Weißt du das zuhörig? 41 oder 60. Ja, insgegnaar. 100. Rapid, das geht. Oh Gott. Da, 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 da. Rapid, chill dich. Rapid. Ja, sprich direkt da rein. Los, tu es. Finish him. Finish him. Ja, ich krieg ja gerade da noch... Wieso wartest du? Nein, der Blitz. Finish him. Jetzt. Ha ha ha. Ha ha ha. Aufpassen, wow. Oh, Kärzbild, weißt du. Ist voll die Treppe. Nicht. Gerade. Kommt der Blitz. Ja. Damit hast du jetzt echt keinen mehr nervös gemacht. Nein. Ey, wenn du dann daneben gesprungen wärst, ist das ja zu der gewesen. Ja, hol doch erst den Vogel. Nein, das ist deiner. Ich mach ihn jetzt und falls wir wieder neu starten müssen, darfst du ihn auch mal machen. Ja, toll. End hier, die Alte. Beim Zocken einpennen, weißt du, so geht das aber nicht. Das ist geil. Die Stromrechnung, die Stromrechnung. Ach, drauf geschissen. Ja, komm Rapid. Karachokanal. Oh, was ist was? Karachokanal. Okay. Mal dann. War jetzt schon Y lang oder war noch mal Gelb? Ich ging's, ja. Ja, Mann, ich bin gut. Rapid. Vitaminenvögel. Die besten Tiere aus der Welt. Oh, ja, blä, blä. Sie ist ausgeraben aus den Vitaminen. Coindoser-Kollision. Coindoser, das ist doch der, die auf Englisch halten. War der aus Aua? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du jetzt dein Experiment, Redbit? Was machst du denn der Coindoser, der entschiegt das und uns haben? Ich wollte gucken, ob man das noch umgehen kann, wenn man mal getroffen wurde. Ja, gucken ist gucken und nicht sterben. Verifizieren. Ach ja, komm, weißt du. Coindoser. Coindoser. From hell, ey. Mach ich denkst du mal auf, wenn mal einer auf den Sack geht mit dem Mülldeckel anrempeln. Das mach ich mal in Relife. Relife, Relife-Video. Ey, wir könnten ja ein Relife-Video machen, wie wir uns mit Mülldeckeln verschlagen. Ja, dann machen wir ein Dark Souls-Video. Das sind unsere Schilde? Dark Souls, tot. Verdammt. Da stand er aber auch, hat er auf mich gewartet, der alte Lurik. Ich kann nicht mal schwengeln, das ist voll... Was, du? Arschloch. Boah, zum Glück haben die das bedacht, ey. Stell dir vor, der hat sich jetzt an die Ecke getrieben. Und so eine Dauerschleife, so dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Hey, Pit. Bis dahin bin ich auch noch gekommen. Der bleibt da stehen, der, voll der Cheater. Nein, 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 nein. Wieso ist der schnell geblieben? Die sind keine Drecksache. Der ist da weg. Der hat Intelligenz angewendet. Ja, das ist dein Nemo. Was, ja? Guck mal, so kannst du einfach mit den Spielen hier. Ja, ich hab leider keinen Schwengel. Ja, auch, Herr Pit, das ist traurig. Gott, da ist noch so klein, der arme Bub hier, weißt du, der hat noch einen Schramplan und alles. Ach so, da... Außerdem nimmt der Steroide und dann passiert das, was bei dir halt halt ist. Mies, dann kriegst du einen richtigen Schwengelschweif, was denn da los? Die Haare wachsen, aber alles andere geht zurück. Und Peter? Guck mal, Räppel, was ist denn da so schwer? Weiß ich nicht. Meiner kann das noch nicht so gut irgendwie. Deine alte Noob, ey. An der Stelle war ich doch schon fünfmal vorbei. Nee. Und wie er jetzt daneben springt. Oh, Räppel, ich... Oh. Kann ich nicht schwengeln? Er springt voll daneben. Oh. Hupalat. Hups. Wollt ihr direkt weiter. Warst du in dem Vibe drin, ne? Ich war direkt im Flow, dachte ich, komm springst du jetzt auch das ganze Level so durch, aber... Ja, das hat total Spaß gemacht, gell? Da hat Räppel sich gedacht, ne? Ne, mach man nicht. Räppel, komm mir auf. Wie hast du mich überhaupt nicht... Du Lutscher! Du hast mich sogar schon aus dem Bildschirm gedrängt. Räppel, streng dich doch einmal an. Der strengt sich mehr an. Einmal jetzt. Ich hab keinen Schwengel-Shee, das ist viel schwerer für mich. Nee, nee. Das darf ich auch. Ja, der kleine Special-Aff hat's überall viel schwerer. Ist ja auch wahr. Der Special ist hoch. Der ist voll Special. Oh, der darf im Strampler spielen, der muss, der ist total Special. Oh! Ich glaub, das Level ist nicht so für mich gemacht, weiß ich. Ja, es ist 100% für dich gemacht. Es ist mehr so grob schlecht. Ich bin ja so der Feine, aber bei uns... Der Delikate-Typ, ne? Ich bin ganz sensibel. Das ist halt das Alter. Na, komm ich schon mit klar. Ganz sensibel hier. Ich so grob schlecht, ey. Ja, du Sau. Nein! Alle hopp! 69 Bananen! Er rappelt fünf Leben, weißte. Ist nicht meine Schuld. Du verkackst doch alles. Ich schaff das. Ich schaff das! Ich schaff das! So ist nicht Bananen, jetzt wird alles gut. Ich schaff das. Sollen wir mal ein paar Leben holen hier, ey. Sind viel zu wenig Bananen. Stell dich nicht dran. Mach einfach das Linde richtig kaputt. Ich mach das kaputt. Ein K. Jetzt ist gecrushed, ey. Komm schon. Ja! Ich bin dabei! Haben wir gleich schon wieder ein Leben. Wie immer stehen bleibt, der Drecksack. Ja, wo? Sind voll die Cheater. Vorsicht dich! Vorsicht dich! Vorsicht dich! Leck mich am Arsch, Alter. Oh. Alter! Seil springen! Ja! Die ist nicht klar gekommen. Das ist ja kummerklar. Auf ihren Shit, ey. Voll die Schwängelei hier. Brauchst du denn da, ne? Ja, ja. Na ja. Können wir dich nicht einfach da hochwerfen? Aber okay, wenn man da reinfällt, ne? Theoretisch. Theoretisch. Das ist voll unfair. Das wär was für dich. Das ist total für den Schwängel-Hit gemacht. Du hast dich am Anfang für Kitty entschieden. Ich weiß das. Ich sag trotzdem. Es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass es dich gemacht ist. Nein, schmeiß mich da hoch. Nein, das wird nix. Ganz ruhig. Boah, ey. Oh, nee. Rapid willst du da rein? Ob er das schafft? Ob er das schafft? Wir könnten schärfen. Ja, mach. Yeah. Das andere ist nur, wenn du die Single-Methode. Oh. Das ist was für dich. Für mich wär das ja wohl ne Qual. Ja. Boah, wie das hier nun her ruckelt, ey. Mach das mal anständig. Ohne Ruckel. Was ist die denn? Wieder oben links. Hallo. Hallo. Das ist die gekackt-Banane, ey. Komm. Mann, das ist ja mal easy. Hör auf, ey. Sonst mach ich wieder eh mal. Ja, okay. Voll weggekürtet. Mit Kitty wär das zum... Da hättest du vielleicht rollen müssen. Diese... Huch. Die Rollsprünge. Ruhig, Blut. Ja. Boah. Ah ja. Butz, bo-butz, butz. Huch. Ach so. Ja, aber wie... Ach so. Aha. Ah, und jetzt wieder herschwängeln. Ja, aber wenn ich das jetzt noch mal berühre hier. Ja, ja, das müssen wir ja jetzt auch machen. Weil jetzt... Jetzt springen. Nein, ich hab keine Ahnung, wie wir dann zurückkommen. Oder können wir über die Eisenfässer springen? Nee. Ich glaub nicht, oder? Nicht? Muss man mal probieren. Doch. Doch, können wir. Oh, ich dachte ich... Oh, das war so klar. Er verkackt die Physik wieder hier, ey. Rapid. Ja, ja, ich wieder. Weiß nicht, ich hol dir... ...der jeglicher Gefahr. Die DK-Münze. Und du? Du meinst rüberschwängeln? Das ist voll anstrengend, ich weiß. Das hat keiner gesehen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los hier. Komm. Ich war weiter als du. Ah, halt die Klappe, war's egal. Ich war schon drüben. Ich hatte aber die DK-Münze. Nö. Komm mal, heute nach, los. Weil ich den Weg schon für dich bereitet habe, wie immer. Gib Gas, Schätzchen. Du schaffst das, ich glaube fest. Ja, Rapid, weißt du, wenn du sowas sagst? Ich glaube, da war ich ein bisschen zu schnell. Jetzt darf ich mich da dran versuchen. Das Problem ist, Rapid, du hast mich getrieben hier dazu, weißt du? Du hast mich gehetzt. Ist mir doch egal. Ja, lass mich das machen. Nee. Ja, und weg. Wisse, ich weiß das nämlich. Bevor wir jetzt gleich sterben, sollten wir nochmal speichern. Warum? Nein. Ja, ich kann, Bananenvogel. Nein. Oh mein Gott. Nein. Ey. Musik machen. Bisschen hier Abwechslung, muss ja auch mal hier rein. So, jetzt mache ich das mal eben. Hast du ja gerade nicht hingekriegt, da einen richtigen Rhythmus zu finden? Ja, ist auch ein bisschen schwer mit dem grobschlechtigen Mega-Ding da. Ja, jetzt hast du mal ein bisschen warten müssen. Warum? Ja, dann wärst du auch auf dem Fass gelandet. Ich bin auf dem Schild gelandet, dann hat er mich runtergeschmissen. Oh, das wird nichts. Gar nicht. Ich meine gerade, voll nur auf dem Fass. Ach so. Oh, was? Hä? 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 Wasabi? Ey, ich stand da voll drauf. Ich stand da voll und dann nicht mehr. Ja. Ja, was ist das denn für ein Trick? Man, ja, guck mal. Ich stand da voll drauf und dann auf einmal nicht mehr. Was? Ey, Rapid, weißt du was? Will der mich verarschen? Boah, du alter Noob. Ach, diese Mistratte. Ja, jetzt sind wir da echt kaputt, dann dürfen wir den Scheiß nochmal machen müssen. Dann dürfen wir den Scheiß nochmal machen müssen, dann machst du jetzt halt. Heddy, jetzt ist ge... Dann verkack's halt nicht. Was ist das? Das ist doch nicht so schwer, du hast doch den Schwängler. Nur weil das Level wieder für mich gemacht ist hier. Du liegst wieder eine Last auf mir. Ja, genau so sieht's aus. Dem armen Heddy. Der arme, arme Heddy. Du kannst mich auch da draufschmeißen, wenn du das nicht kannst. So, jetzt essen wir was. Rapid? Nee. So. Ach, guck mal. Ach, Heddy. Mhm. Sprich. Wie er eskaliert. Ja, die Knöpfe. Diesmal brauchst du es ja nicht machen. Halt. Halt mich. Ich bin ja da. Nein! Was bremst du? Ich bremste... Mach keinen Scheiß. Hab ruhig. So fies, ey. Jetzt... Lass mich machen. Jetzt ohne Scheiß. Dann müssen wir es nicht nochmal machen. Weil ich kann schwängeln. Du nicht. Rapid. Haha. Entschuldige, Baby. Oh. Ja, jetzt. Ja, toll, weißt du... Wie soll ich das denn? Oh. Alter Sack. Das ist wies, ey. Äh. Weißt du... Together, hier. Gib's doch nicht mal ab, hier. Was? Ich hab's doch abgegeben. Ja, ja. Weil du gesehen hast, dass es zu 100% fällen wird. Jetzt geh runter. Speichern. Ich hab's abgegeben, ey. Ja, ich hab's doch abgegeben. Ach so. Sag mal, willst du doch pennen? Sicher. Ja, die guckt dir zu, Rapid. Da denkt die... Was hast du... Was hast du denn? Jetzt hast du deine Gefühle verletzt. Ach nee, Moment. Sowas haben nur Frauen. Oh. Pille, Palle, Pipeline. Aber das war's für dich. Ach du Kack. Nein. 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 Was denn? Was ist? Das ist nicht schwer. Was denn? Was hast du denn für Krämpfe jetzt? Moment. Was machst du denn? Los. Ich bin am spielen, Digga. Ja, hallo. Mach doch. Ich bin dabei. Du verstehst es nur nicht. Nö. Ja. Dann sei auch ruhig, bis du dran bist. Was soll das denn? Ach nein. Ich kann's bedenken. Okay. Invertierte Steuerung oder was? Vielleicht. Ach nee. Moment, wenn ich da jetzt rausspring, ist es wieder richtig. Nein, andere Richtung. Das ist schwul. Rap it, los. Hä? Das ist nicht leicht. Boah, egal. Da will ich schon nicht. Ist da nur was? Ah, da ist nix. Du kannst das Level ruhig alleine machen, oder? Ja, ich versuch. Da hab ich jetzt überhaupt nix. Ja, Rap. Pass up. Ja, ja. Ich bin dabei. Ich krieche schon am Boden. Da brauch ich nicht steuern. Schnell, schnell, schnell. Ich will das Level nicht machen. Deswegen feuere ich dich jetzt mal an. Ja, ja. Ich bin ja hochkonzentriert. Oh, was willst du denn da oben? Nein, nein, nein. Ich bin da runter. Nein. Ach, Devo. Links. Du musst nach rechts steuern, um nach links zu gehen. Aber... Hoch und runter ist gleich. Also hoch und runter ist normal. Ja. Das ist voll gefickt. Bitte. Wir haben die Steuerung vergewaltigt. Was ist denn da hinten? Ich weiß es nicht. Ein Bonus war es? Ah! Rapid, ich komm. Hoch. Also... Knopf. Boah. Ey, das ist richtig mies, ey. Das schickt total, ne? Hoch. Ich muss runter. Scheiße. Hoch. Das ist das Richtige für mich, ey. Hoch. Hoch. Meine Synapsen wieder, ey. Wo ist das Mittelfass? Verwechsel bitte links und rechts nicht. Nein, nein. Lass dir Zeit. Du bist eine Lady. Was wirst du? Rap it! Hälst mich nicht. Ich muss umdenken. Mein Gehirn ist überfordert. Meine Arme sind nicht. Ich kann eigentlich gar nicht reden. Pass auf, da kommen bestimmt noch mehr Fisch. Ey, das war das Mittelfass. Was hast du denn? Ja, Mann. Guck mal, da bist du sogar. Gott sei Dank, endlich mal wieder jemand, der es kann. Das ist mal eine richtig gute Idee mit dem Level. Das gefällt mir mal. Ansatzweise mal wieder hier von dem Level. Das ist gut gemacht. Das gefällt mir. Aber es ist unter Wasser. Wo man eigentlich nur mit sich selber kämpft. Ich will nicht unter Wasser spielen. Ne, es sind auch überhaupt nicht viele Hindernisse in dem Level. Kein Stück. Ah, so easy-po-peasy. So. Elikas. Jo. Brauch mal wieder. Weißt du, wenn wir alle Level so spielen würden, kämen wir wahrscheinlich viel besser durch. Also so vorsichtig. Ja, aber du rennst ja immer so. Ja, Mann, das muss sein. Ich hab doch gesagt, ich halte den Speed-Knopf gedrückt. Ja, voll gerne. Ist wahrscheinlich besser, den nicht zu haben, ey. Oh. Wir brauchen Leben, Rapit. Ich weiß das. Warum machst du es nicht? Weil du dran bist. Rapit, ich will ja nicht runter. Dann geh hoch. Ne, passt nicht. Oh mein Gott. Jetzt wird's fies. Wie so'n wimmernder Hund. Oh, da! Ich muss dich kurz... Hoch! Hoch! Oh! Komm, der Aufbau von dem Level passt doch gar nicht. Ja, wo schwimmen wir überhaupt hin, ey? Wirklich, ich komme aus Karols Klo raus, ey. Du hast das nicht gewusst. Links, links! Oh! Rechts! Rechts! Also links, je nachdem wie du siehst. Und gleich kann ich die normalen Level gar nicht mehr spielen, oder? Bitte nicht kaputt gehen, ich hab keinen Bock mehr auf das Level. Ja. Ich geb mir ja Mühe. Oh, wie lang ist das eigentlich? Komm, wechsel mal. Lass mich auch mal wieder. Ne. Rapit, ich will das Level schaffen. Oh mein Gott! Was denn? Nix. Das ist voll assi! Ey! Komm, sei Dank! Komm, sei Dank! Komm, sei Dank! Ich hätte dir doch noch was zu gebrauchen. Außer Spicer, ey! Malchan! Malchan!